In diesem heutigen Video möchte ich dich mit reinnehmen in unseren Wert, wie wir gemeinsam befähigen. Das heißt, als Kirche ist es uns wichtig, dass wir gesund sind und balanciert sind und nicht geistlich in irgendein Extrem abdriften, weil wir das oft sehen in der Kirchengeschichte, dass gewisse Dinge einfach zu sehr betont werden und andere, die auch wichtig sind, vernachlässigt werden. Und deswegen möchte ich mit dir heute aus Epheser 4 etwas vorlesen. Was Gott der Kirche geschenkt hat. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer gesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und jeder und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Wir reden hier von diesem fünffältigen Dienst. Der fünffältige Dienst beinhaltet diese fünf großen Dienstgaben, die Gott der Gemeinde, der Kirche geschenkt hat, damit Leute ausgerüstet werden und fit werden, Jesus nachzufolgen. Das ist nicht etwas, was man sich selber aussucht, ich bin Prophet, ich bin Evangelist, ich bin dies oder jenes, sondern Gott hat diese Charismen, diese charismatischen Dienste der Kirche zur Verfügung gestellt, auch uns als ICF, wir haben Apostel, Hirten, Propheten, damit die Gläubigen, die Menschen wie du und ich, einfach fit werden in ihrem Glauben den nächsten Schritt zu geben. Und es widerspiegelt auch das Übernatürliche, was in der Kirche ist, was nicht mit einer normalen Organisation vergleichbar ist, weil Gott selber kümmert sich um seine Kirche, dass sie gesund ist und wir sollten einfach nur schauen, dass wir in diesen fünf Diensten ausgeglichen sind. Es gibt auf der einen Seite den fünffältigen Dienst, das heißt, es gibt Apostel, Hirten, Propheten, Evangelisten, Lehrer und gleichzeitig ist es auch die Art und Weise, wie wir sind. Also wir wollen apostolisch sein, das ist der erste Punkt, wir wollen apostolisch sein, das heißt, wir wollen, dass Leiter ausgebildet werden, wir wollen, dass Kirchen und Ministry gegründet werden. Apostolisch ist immer das Gründende, das etwas Neues freisetzt. Wir wollen prophetisch sein. In jedem unserer Ministries können wir uns fragen, wo ist der Übernatürliche Teil? Beten wir für Kranke? Glauben wir daran, dass der Heilige Geist redet? Glauben wir an Wunder? Glauben wir unseren Small Groups an Wunder? In jeder Gruppe, in jedem Ministry, in unserem Leben, in der Kirche, im ganzen ICF, sollte das Übernatürliche einfach einen gesunden Raum haben, dass wir es auch ausleben können. Der nächste Punkt ist, sind wir evangelistisch? Es gibt auf der einen Seite den Evangelisten, der rausgeht auf die Straße und die Leute reinruft oder der predigt und die Leute sofort zu Gott umkehren. Aber als Kirche, als Small Group, als Ministry, als Familie ist uns auch immer wieder die Frage gestellt, sind wir evangelistisch? Das heißt, kümmern wir uns um die Menschen, die Gott nicht kennen? Tun wir etwas, dass sie die gute Nachricht von Jesus hören und auch verstehen können, damit sie sich dann freiwillig dafür entscheiden? Also als Kirche, als ICF, wir wollen um alles in der Welt evangelistisch sein und die guten Nachrichten von Jesus einfach spreaden über Internet, über YouTube, was im Internet ist, über Zeitungen, über persönliche Gespräche, über Freundschaften, unsere Freunde, Bekannten, Verwandten einladen und einen Raum schaffen, wo Menschen Jesus kennenlernen können. Das ist evangelistisch. Wir wollen Hirten sein, also we care, wir kümmern uns um Menschen. Das ist ganz einfach gesagt, in allen Bereichen unseres Lebens, ob es die alleinerziehende Mama ist, ob es der Drogenabhängige ist, ob es der normale Teenager ist, der Herausforderungen hat in seinen Hausaufgaben, der Nachhilfe braucht, ob es der Geschäftsmann ist, der Gebet braucht, um gute Entscheidungen zu treffen. Wir kümmern uns um Menschen. Jeder, der hier reinkommt, der in eine Small Group reinkommt, wir wollen, dass Leute in guten Beziehungen sind und wir wollen den Menschen nachgehen und einfach mal fragen, wie geht's? Wir lassen niemand alleine und das ist unser Ziel als Kirche, um gesund zu sein und sich um die Schwachen kümmern, aber auch schauen, dass jeder Mensch gute Beziehungen leben kann. Und wie Empower, wir sind Lehrer, wir wollen fähig sein, anderen vom Wort Gottes zu erzählen, zu predigen und wir wollen auch untereinander wirklich eine Kultur haben, dass wir lernbereit sind. Das heißt, im ICF, in unserem Kontext, wir wollen wirklich Workshops zur Verfügung stellen, um einander wirklich zu teachen. Und es gibt Teaching-Videos, es gibt Predigten, aber wir müssen bereit sein zu lernen und gleichzeitig auch bereit sein zu lehren und das weiterzugeben, was wir bekommen haben. Es gibt Spezialisten in verschiedenen Themen, aber es gibt eine Grundhaltung, dass wir eine lernbereite Kirche sind und eine lehrbereite Kirche, die anderen hilft, mit Jesus weiterzukommen durch Bücher, Workshops, Predigten oder auch vielleicht sogar durch eine Bibelschule, wie auch immer, wo dein Platz ist. Deshalb, lass uns gemeinsam gesund sein, schauen, dass wir in unseren Ministries, in unseren Groups alle Dinge abdecken, um eine gesunde, ausgeglichene Kirche zu sein. Und dann, wenn wir es um ein paar Stunden, dann machen wir es um ein bisschen viel mit einem